Als Janni und Peer sich kennenlernen, waren sie nackt. Hallo! Herzlich willkommen! Dieses verrückte Paar versucht, den normalen Alltag zu meistern. Die sportliche Janni, schwanger. Ja, sicher? Und der chaotische Peer, total überfordert. Das war ein kleiner Einblick in unser Zuhause. Siehens, bis bald! Der Start der neuen Doku-Soap. Janni und Peer und ein Baby. Ab 7. August, 22.15 Uhr, neu. Untertitelung des ZDF, 2020